Willkommen zu meinem nächsten Video. In diesem Video geht es um das goldene, ah zählt das goldenes Pferd. Die Aufgabe, man muss hier an dem Stall, soll man nach Norden laufen und sollte es dann finden. So und das werde ich jetzt auch mal tun, aber ich hole zuerst mein Pferd. Und dann geht das alles ein bisschen schneller, weil ich denke mal, dass man schon ein bisschen länger rumlaufen muss, bis man es findet. Ja, und jetzt nach Norden. Hier sollte sich das dann befinden. Ja, da oben ist schon irgendwas. Ach, das ist die, ja, die Fee. Jetzt habe ich es. Ja, dem gehe ich mal besser aus dem Weg. Bis jetzt sehe ich es noch nicht. Da sind Pferde. Da ist es. So, ich benutze die hier. Und weil ich noch von denen einen habe, brauche ich mir den auch noch rein. Da ganz langsam nähern. Oh, es hat gerade so gereicht. Oh, es hat gerade so gereicht. Oh, es hat gerade so gereicht. Und jetzt muss ich es eigentlich... Oh, dem gehe ich besser... ...ein bisschen weiter aus dem Weg. Muss ich es nur noch zum Stall bringen. Entschuldigung. War keine Absicht. Ob man das dann auch ändern kann? Wahrscheinlich nicht. Das muss so bleiben. Oh, das muss so bleiben. Ähm, gut, dann nicht. Die befindet sich nämlich hier. Das müsste die hier sein. Ja. Oh. 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 Haha! Okay, das Pferd darf ich bestimmt auch behalten. Sieben Aufgaben noch. Wie wär's mit der Rüstung? Ich will diese komische, wie heißen die Kröten-Rüstung? Abflug, ja, tschau. So, und jetzt müsste ich eigentlich registrieren. Ja, und jetzt ist es mir. Ähm, keine Ahnung. Also ich muss, ich muss ja nennen. Ich möchte es mitnehmen, ja. Weil ich noch gern das, ähm, ach, das hat er schon. Ach nee, ist Standard. Ja, ja. Ist jetzt der Standard-Sattel. So, hier. Königssattel. Kann man das auch noch? Ach, das kann, selbst das kann man ändern. Bei dem Pferd. Aber bei anderen Pferden ist klar. Okay, das war's dann auch schon mit dem Video, mit dem goldenen Pferd. Ihr könnt mir gern ein Abo da lassen oder einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020